ist auch gut das ist schon so ein schönes ritual vor dem spiel tänzchen ja mit deiner mama mit dem papa immer das ist super wie wir uns wenn auch immer 10 10 ja wo gehen wir raus mir egal müssen gleich sehen wo der land ist da alle da alle folgen und dann gehen wir eine runde schwimmen die goldene robbe haben ja bei uns hat es geregnet bei uns regnet das gefühl seit zwei wochen das ganze wochenende so richtig viel regen also hier kommen jetzt wort es nur runter so wie ich sehe sie erst mal keine bunten fallschirme aber das heißt ja nix aber vom runtergehen würde ich trotzdem sagen dass ein überwiegplatz ja das merkst du den typen an also hier muss um überall welche ohne waffe ich habe wieder das beste hause ausgesucht dass nicht nieder klopapier im klo ist nicht kein klopapier ich schlafe mal wieder ist nicht schlimm das macht jetzt die 25 wir machen pause mittagspause schön ich finde es gut ich wollte nur dass der mir nicht auf die zeige geht dann alles alles gut das gute umso ruhiger kann ich noten das finde ich doch ja ja das habe ich das war kein bord rechts von uns auf nordwesten das war kein bord ja dann um geht das mal kurz ich brauche wenigstens noch nennen habe ich im nahkampf aber keine wester wester habe ich schon gefühlt ich glaube auch irgendwie nockig rum hier gegner bei grüner mark das ist ein bot ja der typ war ein bot ja so ich komme hin das war ja genau das halt wir sehen ich ja gerade vorgesprochen bei mir direkt das könnte sein irgendwo die richtung stimmt zumindest ist es gerade hier ums eck rum oder geht er looten drüben deinem supermarkt ist immer voll immer shoppen da gehe ich hin jetzt mal zum juli links und links habe ich glaube aber mal im haus bitte ruhe der ist im haus so soll ich sagen es waren steps in dem haus und das ist mit definitiv mensch so fokussiert das kind wird meinst du das haus hier ja ich würde behaupten oder erstmal frau nie der war zu hoch ich kann bloß nicht helfen ja das ist aber was dass der wenn der aus dem haus raus ist das hätte zu hören müssen dem haus ist auch noch eine direkt vor mir weg mit dem das war auch ein bot shit ist das überall war genug fließt auf mich und weil wir hier in der kiste da hinten ist noch 45er munition davon auch eine tragen auf typen hier ich sehe das tut oder noch sagen wir mal so ok ich glaube jetzt haben wir so weit es gehen oder nö ich fahr mit dem auto und kracht kommen mir die bots raus und menschen natürlich auch irgendwas schießt er immer ja ich stehe mal zurück zur china hier ich glaube der hat auf trafik geschossen ich bin gar nicht so weit weg von euch ich bin im nachbarhaus ich bin im nachbarhaus die munition findet einfach irgendwie tag ich habe sie gerade gesagt bei dem hin der hatte 50 schuss oder so warte mal aber noch mal Ja, aber den habe ich nicht gefunden, du kennst meines Bindeskills, du hast es gerade gesehen beim Dings. Ja, das war lustig. Ich bin nicht so gut im Gucken, aber warte mal, da vorne ist auch noch einer, grüner Marker. An dem Haus da. Ja, da am Zaun. Vor dir. Ja, direkt vor mir. Und dahinter. Ja, leider habe ich ihn nicht. Ich muss jetzt erstmal hier Beeilung mit der Heilung machen. Den habe ich. Es hat sich gereimt. So, wo ist jetzt der Typ? Da ist noch der grüne, am blauen Marker. Ja. 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 Alles Chaos geloogt. Total. Ja. Wo sind die denn? Am Waldrand irgendwo. Ich sehe es aber auch nicht. Ah doch, da läuft er. Irgendwie kriege ich hier keine Hits hin, weil ich keine Scopes habe. Ich habe auch keine Scopes. Ja, ich komme. Ich habe geschossen. Ach so, okay. Ich brauche auch sowas in den Dreh. Ganz schlechter. Ja. Ja. Ich habe den kaum bis gar nicht erwischt. Der kroche, aber naja. Scope-mäßig sieht es ja ganz schlecht aus. So eine Kacken-Muni, älter. Das ist doch. Ich glaube, sobald einer in Scope findet, kloppen wir uns. Ich habe nur einen Kompensator hier hingelegt. Ich habe nur einen Kompensator hier hingelegt. Nein, gar nicht. Für AR. Okay. Willst du den nicht? Kompensator ist eigentlich mit das Beste, was du kriegen kannst. Ja, ich weiß. Aber das Problem ist, ich spiele Umpa Loompa und da passt die nicht dran. Oh? Ja. Ja, ich habe auch die Umpi. Ey, kein Scope nirgends. Ey, ja, wollte ich gerade sagen, was denn das für Mist. Ganz schwierig hier, ja. Aber drei Resse liegt rum. Er hat aber schon ein Loch, das war, glaube ich, die Gehen gelegt. Irgendeiner schießt mit was Großem hinter uns. Ich glaube, ein gegnerisches Team hat gerade den Bot, den ich genockt habe, gekillt. Wirklich? Ja, hat sich für mich so angehört. Ich habe gerade einen Kill bekommen. Hört ihr das? Bei 200. Diese fette Knabe. Ja, hab sie gerade. Den sollten wir ausräuchern, den Typen. Der ist wohl gut aufgestattet. Ja. Ja. Zehn. Grüner Marker. Sechser. Geil. Ach, schieß sie. Genau. Es ist ein Unfall. Im grünen Marker lurcht irgendwo einer. Ja. Ja. Ja, der schießt auch nicht. Ja, ich. Grün. Der Typ ist kein, ähm, kein Bot. Ja, komm. Ja, aber ich leide keinen Durchblick. Geil. Dann guck ich mal. Da drüben. Also grüner Marker, ja? Ja, grüner Marker, ja. Ich habe nur ein Problem. Ich kann ihn mit einem Zweistruck, kriege ich den nicht. Äh, mit einem Redord. Ja, ich ärgere den gerade ein bisschen. Der hat schon verschoben. Äh, ich habe auch nicht mehr. Kann nicht helfen. Ich habe auch bloß einen Vierer, aber es ist halt das Glas Vierer schon besser. Ja, logisch. Auf die Range, wie ich stehe, ist das auch nicht gerade geil. Auf jeden Fall liegt da eine Kiste. Ihr schießt doch aber auch noch was an. Ja, den kümmer ich mich jetzt um den anderen Typen. Der ist tot. Ah, hast du tot, okay. Vielleicht haben die den Sto. Möglich. Ähm, Shally? Okay. Ich gehe da jetzt mal bei dem AIN vorsprechen, das geht so nicht. Aber das ist eine M24, es kann auch ein Bot sein. Ja, das ist nicht möglich. Wer so viele Schüsse wie der braucht, ist der entweder ultra schlecht oder ist der Bot? Ich brauche auch mal mehr Schüsse. Äh, ich push jetzt mal zu dem Haus. Ja, ich habe einen drauf. Alles gut. Ich bräuchte nur eins. 24 ist weg. Okay. Ja, hilft nichts. Ich schaue jetzt mal in das Haus. Ich brauche zumindest einen Scope. Das ist echt bitter. Äh, hier liegt gar nichts. Nina, lassen wir das Auto nehmen. Ja, ich komme auch gleich mal dann überhaupt. Oh, das ist ein Stück. Ja. Ich bin keine gute Autofahrerin. Ich komme. Ich komme. Homa Trage. Ja, ich bin schon da. Ich sehe da hinten noch ein Auto stehen, ich bewege mich selber. Ich bin schon da. Dankeschön. Das ist halt die Haftpflicht. Äh, Boston, du hast ein Auto, oder? Ja. Okay, alles. Dann fahren wir mal irgendwo, keine Ahnung. Bis zur nächsten Tankstelle. Ja, wo kommt denn der Baum jetzt hier? Wer hat den einfach da hingestellt? Ja, das ist super. Das letzte Mal, als ich die Map gespielt habe, war der noch nicht. Der war gestern noch nicht da. Freue ich mich auch immer. Kommst du übern Berg, dann ist da ein Stein. Wir packen den da hin. Ja, super. Ist mir aus der Hosentasche gefallen. Wir könnten uns theoretisch schnappen. Nur ein Stück, aber wir müssen sowieso noch weiter. Am besten Packs da, wo ganz viele Scopes liegen. Ja, ohne Witz. Wollen wir uns den Compound schnappen? Ja, logisch. So, und? Ja, geil. Hm? Das ist nur die große... Ach, shit, wir müssen gleich schon wieder rein. Naja, aber... Zuerst damit wir scopen. I scopen. Ich hab immer so... Nö. Nein. Nein, so. Nix. Es darf doch gar nicht wahr sein hier, oder? Nö. Bist doch nicht. Ich... Okay, ich muss jetzt... Einen Fass... Einen Fass... Whisky aufmachen. Ich hab ne Sexfach gefunden. Geil. Ach, schieß die in den Weg. Geil. Ich hör Schally. Äh, irgendwer wird abgeschossen. Ich hör ein Schally. Und ich glaub vom Grünmarkt. Ja, bist du was Schally? Irgendwo da oben beim Grünmarkt hab ich grad... Hm. Ja, ich geh mal gucken. Bin ja draußen. Ich sehe ihn schon. Hast du nichts? Nee, warte mal. Der ist hier. Hier sitzt. Ja, ja. Da saß er. Hopp. Okay, den haben wir auch. Ob sie markiert? Ja, ist erledigt. Okay. Boston Bullet hat ihn noch überfahren. Ähm... Da war mir nur ein Assist. Also von daher... Äh... Gleich rausgenommen. Da ist auch noch hin. Da ist ein Vierer. Ja, ja. Oh... Mach mal drüber, jawoll. Jawoll. Äh... Res? Res? Ja. Tauschen, komm. Kannst du meinen Achter haben? Nee, nee. Du, ich bin mit meinem Sechser ultra happy grad. Alles gut. Okay. Ähm... Falls noch jemand ein Vierer... Also ein Vierer ist da unten noch. Okay, wir laufen rein, oder? Nee, ich bin mit einem Zweier und mit einem Sechser zufrieden. Okay, alles. Ja, das ist cool, ja. Haben alle alles. Äh, zack, hör mal. So, jetzt gehen wir spielen, wir gehen in. Schon hart, wie du teilweise echt ein halbes Match brauchst, dass du deine Dinge gefunden hast. Hm... Augen auf im Straßenverkehr. Ja, aber das waren nicht so viele Häuser, also... Nee, das stimmt. Also, ja. Ich hab keins liegen lassen. Ich muss mir das Video nachher nochmal angucken, aber... Ich glaub nicht... Ja, da ist auch noch... Okay. Müssen wir aufpassen, jetzt gibt's nur noch... Oder jetzt ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir es mit Playern zu tun kriegen. Hm... Aber wir sind ja eh schön am Zonenrand. Hm... Nino, wo bist du überhaupt? Ah, da bist du. Hinter euch. Hm... Ja, ich bin kein Savile. Kartenschauer. Hey, ich hätte dann schon was gesagt. Hier ist einer. Hier ist einer. Hier ist einer. Ja. Ein komplettes Team. Für zwei Stück. Uns ist der Player. Ich hab ihn eins... Wo auf dem Markt? Das sind doch... Ah, da vielleicht, ja. Ja. Hinter dem Baum. Auf dem roten? Das ist... Ja. Ne, das sind keine Player. Das sind irgendeine... Keine Ahnung. Das sind Bots. Das ist ein C. Das siehst du schon am Laufen, dass das ein Bot ist. Ja, ja. Der braucht jetzt ein großes... So. Oh ja. Die schießen zurück. Alter. Auch ein Bot lässt sie nicht gern beschießen. Nein. Ja, ja. Ey, um ehrlich zu sein, ich bin nicht sicher, ob's Bots sind. Ich glaub nicht. Das ist... Das eine ist safe ein Bot auf dem roten Marker. Ja, da sind wir auf grün. Das grün weiß ich nicht. Nein, die guckt. Aber auf rot hinterm Baum, das war ein Bot. Das siehst du schon am Namen, das ist ein Bot. Aber da war noch einer. Ja. Ich fahr rüber. Ja, ich seh ihn. Ich seh ihn. Ich seh ihn. Ja, da ist er noch. Ja, genau. Ja. Grüner Marker, immer noch. Ja, ja. Der braucht jetzt großes... Schön, ich hab einen Till reinbekommen und einen Ersitz. So, da ballert es aber immer noch auf der anderen Seite. Ja, dann schauen wir mal rüber. Ja, da war noch einer. Okay. Gleich markieren, bitte. Der Boston überfährt jetzt. Ja, da hinten den Berg runter. Wo Boston jetzt grad hinfährt, oder? Ja. Der Boston überfährt jetzt alle. Aber vorsichtig, dass du dann in so einem Westen lässt dich. Okay. Das kann passieren. Wenn man ein bisschen... Ja, das ist hier... Ich muss erst mal was sehen. Hey, hier... EBR, ich hör eine EBR. Eine Crate-Knarre. Und das ist... Das ist ein Boy. Ich pushe... Ich pushe jetzt da mal vor. Ne, aber wirklich... Norden von uns ist ein Player-Team. Ja, hier wird... Hier wird auch irgendwo. Hier. Oranger, Marker. Ist das persönlich? Haben wir mal ein bisschen verarzt mit dem Burschen. Ich hab einen genommen. Oranger, Marker. Auch einer. Fabian. In dem Compound sind welche. Vor uns. Okay. Ja. Marker. Grüner Marker. Okay. Boston. Weißt du? Du fährst quasi an ihm vorbei. Ja, ja. Nice. Nice. Das ist halt einfach fatal, weißt? Wenn du gemarkert wirst und dann weißt der andere... Dann kommts Auto so ins Eck. Voll geil jetzt, ja. So, jetzt ist ein Auto von rechts. Okay. Ja. Genau. Ungefähr von zu 80ern. Das ist... Das heißt recht. Ja, ja. Schieß mal, jemand. Einfach nochmal schießen. Also nicht... Ihr müsst nicht auf die schießen. Einfach nur irgendwo, dass sie denken, das ist ein Bot, dass die sich bewegen. Wenn die rausmoven, dann haben wir sie. Einer ist hier close bei mir. Das ist auch ein Bot. Ich sehe sie, grüner Marker. Ich habe einen Mock. Sehr schön. Wow. Hab den Killing. Hä, grüner Marker? Was für ein grüner Marker? Ein gelber Marker ist auch ein Mensch. Gelber Marker. Okay, gelber Marker. Gelber Marker ist definitiv ein Mensch. Hab ihn. Bei den. Orange Marker ist auch. Ja, aber den hast du nicht in deinem gelben, in deinem Baum den nicht. Das ist safe. Ein Mensch, der hat auch ein gutes Movement. Hm. Ich hab's drauf. Alter. Oh, ja, ja. Hm. Und dann liegt noch einer am Gras, den sehe ich auch. Okay. Gelber Marker verschiebt. Gelber Marker verschiebt. Gelber Marker verschiebt. Ja. Und der Gras unten, der liegt auch noch. Okay. Ah, das ist schlecht. Mein Fehler. Fuck. Eines ist gleich bei mir. Oh, ja. Ja. Wir kriegen's jetzt auch. Wir kriegen's auch von hinten im Compound. Von hinten kommen auch welche. Ja, das sind aber Bots. Sicher. Da nimmt sie raus. Ja, hundertprozentig. Kannst mir glauben. Ich hab die Player ab der Forge. Okay, also dann müssen wir uns in Bias. Schwerst du noch. Fuck. Ja. Das sind zwei Player. Einer liegt im Gras und einer ist da, wo ich gestorben bin. Direkt am Baum. Ja, ja, ja. Ich hab keine Smokes für Ina. Alles gut. Ich wollte auch nur gucken, wo er ist. So nach dem Motor. Der ist gerade bei... Schalten wir auf Tragel und du machst das ja dann. Schönes Ding Tragel. Und jetzt der andere ist links. Von hier unten. Der ist safe unten gewesen in der Wiese. Die Smok kam ja auch von da. Nachladen. Ja. Ja. Alles gut. Und stehst du da, wenn du siehst das... Hm. So bei gestern ist es, welcher... Boston. Geh mal auf mich und zeigen mir mal, wo der Typ hoff. links ist er kommt von unten ja ja er muss da sein oder ist das ist ein blatt was ich dann bewegt hat er kommt von da unten safe der wird sich hingelegt haben hinterm stein das sind die schweine bots die verraten dich halt bloß das ist das siehst du schon nicht mal zurück jetzt steht man schießt auf den das andere sachen bot am stein dann weil er auch so viel geschossen nicht getroffen hat und dann hast du noch den menschen wollte ich mal bis der sich guckt natürlich auf dichter ne der hat mini das ist das ist der typ und jetzt ist die richtung fokus und denk dran du machst die zone die mussten einfahren laufen und immer jedes mal ein baum nehmen dass wir gucken können ich sagte schon vorstehen wenn ich sehe liegen ist da kannst du nicht so schnell reagieren der andere typ liegt aber auch der lag von auf dem acker der schweine das meereschwein das hat mich nämlich angeschossen und der andere mich erhalten 98 und ich habe einen markt das ist doch gut du hast ein vorteil schießt der einmal vorbei ist tot wenn er nicht gerade einen kopf trifft hat er verloren hier unten oder ja gehen wir gehen wir in die hocke kurz ja ja und das ist die great also great kommen immer zum stein und legt sich dahinter erreicht nicht war doch doch recht aber der wird genau die senke bei der great haben da unten könnte auch schon sein siehst du was da ich sehe doch den ich glaube das könnte alles da liegt auf alle fälle was was weiß ich glaube wir haben baum rechts oder nee und ich muss einmal quer rüber der muss darüber der wird die senke nehmen würde ich auch machen also spielerisch ist das schlaueste denn in dem rechts der zweite ja zwölf uhr da liefer gerade nach links und rechts wenn er läuft auch an dem baum wo du gerade dran bist dann liefert dran vorbei ja am grün marke meint jetzt ja dann ist aber auch nicht in der zone dann bist du in die zone rein ja dann warte da und der muss doch einlaufen was ist wenn du an den drop versuchst zu kommen dann sterben den nimmst als deckung der lag die ganze zeit vorhin schon bei mir auch es war das nämlich ich habe fokus auf den einen kriegt vom anderen wo war der jetzt warte mal das will ich mir jetzt nur mal angucken der lag schräg unten vor der in der schräge oh gott leute wirklich ja das sind die hardcore camper ja alles für's chicken dinner alles gut aber jetzt ja jetzt schauen wir mal ganz da musste halt einfach weiß das mikado derjenige der sich als erstes bewegt verliert ja das sicherlich aber wenn du aber wie gesagt die phase ist einfach so hart wenn du dich nicht vorne rein also deswegen war schon richtig eigentlich hinter den drop von oben aus und dann hast du eine deckung er muss ja auch kommen dass der schon da lag war halt blöd in dem moment hast du natürlich nachteil aber wir haben den server allein leer gemacht leute nicht so schlecht war gut oder wir haben ja gut aber aber ich muss sagen personal best war bis jetzt mit 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 einer vierer lobby zusammen 52 50